In der Bäckerei Buchecker in Andorf wird Regionalität und Qualität großgeschrieben. Und das seit mittlerweile über 50 Jahren. Traditionelle Rezepte, regionale Rohstoffe und reine Handarbeit. Eine Firmenphilosophie, die man im wahrsten Sinne des Wortes schmecken kann. Was uns als Bäckerei besonders auszeichnet, ist, dass wir keine Fertigmischungen verwenden, sondern wir haben unsere eigenen Rezepturen, unseren eigenen Sauertage im Haus, und unsere 10 Bäcker fertigen das alles in Handarbeit und das schmeckt mir. Also wir bieten unseren Kunden eine große Auswahl an verschiedenen Frühstücksplatten an, wo wir unser gesamtes Gepäcksortiment zur Auswahl dazu reichen. Im modernen und gemütlich gestalteten Kaffeehausbereich werden den Gästen den ganzen Tag über wahre Köstlichkeiten serviert. Also wir bieten eine große Auswahl an hausgemachten Torten und Schnitten, die unsere Konditorinnen jeden Tag frisch zubereiten und dazu reichen wir die diversesten Kaffeespezialitäten. Bäckerei Café Buchecker. Qualität, die man schmeckt.